Musik Moin und herzlich willkommen zu einer neuen viralen Videoshow der Galerie PopStreetShop. Heute mit dabei ein Werk von Bettina Breitkopf. Es heißt Winebag Delray Beach. Ja, ein Winebag nimmt man natürlich gerne in den USA mit, wenn man seinen gekühlten Wein mit dabei haben möchte und ihn irgendwo unterwegs trinken möchte. Und Bettina Breitkopf hat das zum Anlass genommen, das Ganze auch nochmal künstlerisch zu gestalten. Sie hat also hier in einem Holzrahmen sehr schön ein Winebag reingebracht. Das Ganze bemalt mit Acrylfarbe und hinterher mit Resinharz veredelt. Ein bisschen Glitzer ist natürlich auch noch mit dabei. Und das Ganze in ihrem typischen Stil einfach gehalten. Auch eine kleine Mickey Maus, eine Blume. All das gehört für Bettina Breitkopf zu dem Winebag natürlich dazu. Das Werk kostet 790 Euro und hat die Maße, das muss ich jetzt mal nachlesen, 16 x 25 cm ist im Jahr 2019 entstanden. Und natürlich bei uns in der Galerie oder auch online zu kaufen. In diesem Sinne, bleibt gesund und munter. Tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.